Hier sehen wir doppelt. Zu den Feierlichkeiten anlässlich des 50. Thronjubiläums von König Karl Gustav von Schweden sehen Kronprinzessin Viktoria und Mary von Dänemark fast wie Zwillinge aus. Ob die beiden vorab ihre Looks aufeinander abgestimmt haben? Viktoria von Schweden schreitet mit Ehemann Daniel an der Seite durch die Schlosskirche in Stockholm. Im geblümten Maxikleid aus leichten Stoff holt die Kronprinzessin noch einmal den Sommer zurück. Doch nicht nur Viktoria hat eine Schwäche für florale Muster. Mary von Dänemark präsentiert sich zum Gottesdienst ebenfalls im geblümten Chiffonkleid mit passenden Accessoires. Nur ein dezenter Farbstich unterscheidet die beiden Kleider der Prinzessinnen. Bei der Auswahl der Pumps entscheiden sich beide sogar für die gleiche Marke Gianvito Rossi. Auch hier sind es nur leichte Farbnuancen, von denen sich die Schuhe der Prinzessinnen unterscheiden. Fast könnte man meinen, Viktoria und Mary haben sich zu ihren ähnlichen Looks verabredet. Gar nicht unwahrscheinlich, schließlich verstehen sich die beiden auch privat sehr gut und hegen eine enge Freundschaft.